Ja, also worum geht's? Ihr kennt diese Anzeigen vom Hauptbahnhof hier in Trier, wer aus Trier ist, wo man manchmal sieht, welche Busse abfahren und wann die abfahren sollen. Manchmal sieht man irgendwelche Terminalfenster, manchmal ist auch einfach nur schwarz. Aber meistens, also eigentlich sollten sie anzeigen, wann der nächste Bus abfährt. Und das ist ja eigentlich ganz praktisch. Und ich habe mir gedacht, sowas will ich auch. Am besten natürlich für meine Haltestelle, also in meinem Fall ist das jetzt an der Universität, sodass ich in meiner Wohnung eine Anzeige habe, wann der nächste Bus fährt. Insbesondere, da ich da relativ schnell an der Haltestelle bin. Das heißt, wenn ein Bus mal eine Minute Verspätung hat, dann schaffe ich den eventuell noch. Und eben, ich möchte das Ganze nicht nur nach Fahrplan, sondern wirklich mit Live-Infos. Weil oft fahren oder manchmal fahren gerade am Semesterbeginn irgendwelche Busse, die auch gar nicht im Fahrplan drin sind. Oder eben die Busse haben Verspätung und dann bringt mir das Ganze nicht so viel. Wie könnte man das realisieren, habe ich mich gefragt. Naja, es gibt eine nette Website unter www.swt.de Echtzeitauskunft. Und dort werden ungefähr genau diese Daten angezeigt, die wir haben wollen. Nämlich, welche Busse von der Haltestelle in der nächsten Stunde abfahren und ob sie zum Beispiel eine Verspätung haben. So sieht das Ganze aus. Da wählt man seine Haltestelle aus oder sucht danach. Und dann bekommt man so eine schöne Liste mit den Infos, welcher Bus wann wohin fährt. Ja, das ist ja alles ganz schön. Mr. Burns würde sagen, ausgezeichnet. Jetzt müssen wir noch an diese Daten rankommen und sie ein bisschen weiter verarbeiten. Also, im ersten Schritt wollen wir diese Fahrplandaten da irgendwie extrahieren. Im zweiten Schritt wollen wir die aufbereiten, sodass man sie auf dem kleinen Display anzeigen kann oder auf einem Display erstmal anzeigen kann. Und dann wollen wir die Daten anzeigen. Das mit dem Anzeigen auf diesem kleinen Display mit dem Raspberry Pi, das haben wir uns auf dem letzten Pi & More angeschaut. Deswegen werde ich da jetzt nicht so detailliert drauf eingehen, weil sonst wäre das Ganze hier viel zu lang. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen. Auf der Website sind die Folien dazu und mit dem Starter Set kann man das nachbauen. Also, wer sich hier heute Abend das Starter Set gekauft hat, könnte das direkt vor Ort nachbauen, wenn er möchte. Dort wurde einfach nur gezeigt, wie man mit dem Raspberry Pi auf dem Display Sachen anzeigen lassen kann. Uns interessiert halt jetzt, wie bekommen wir die Sachen da auf das Display, die uns jetzt interessieren. Na ja, zuerst mal müssen wir also an diese Fahrplandaten ran. Und wenn man sich die Website anschaut, wenn man sich da so einen Quelltext anschaut, stellt man fest, das Ganze wird auf Google Web Toolkit. Das produziert ungefähr so einen JavaScript Code. Und selbst wenn man den durch so einen JavaScript Beautifier schickt, ist mit dem nicht so viel anzufangen. Weil der macht alle möglichen Sachen, aber wenig von dem interessiert uns eigentlich, was der da macht. Das heißt, das nächste, was man sich dann anschauen kann, ist der Netzwerkverkehr. Einfach mal Browser-Debugging-Tools aufmachen. Was sendet der Browser an den Webserver von SWT und was bekommt der dann zurück? Die Anfrage, jetzt mal für die Haltestelle Uni, sieht so aus, wie hier gezeigt. Und das Interessante ist zum einen, dass es ein Post-Request ist an diese URL. Das wissen wir damit schon mal. Da ist ein spezieller Content-Type gesetzt. Und hier unten sind noch so Informationen für das Google Web Toolkit. Was das jetzt genau bedeutet, das interessiert uns gar nicht, weil wir können einfach diesen Request ja kopieren. Solange da keine Informationen drin sind, die wir verändern müssen, können wir das einfach so übernehmen, wenn wir das nachstellen wollen. Und hier unten sieht man dann noch, dass auch noch da eine Kennung mitgeschickt wird für die Haltestelle. Die findet man auf der Website raus, die wird in der URL angezeigt, wenn man die Haltestelle ausgewählt hat. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, um den Webserver von denen zu fragen, nennen wir doch mal die Busse für die nächste Stunde, die an der Haltestelle Uni abfahren. Wenn man das macht, also da kann man sich zum Beispiel so ein kleines Python-Programm schreiben, das sendet genau diese Anfrage ab, genau wie der Browser es eben gemacht hat, dann bekommt man eine Antwort, die sieht aus wie diese. Da sieht man dann auch erstmal relativ wenig drin. Und die muss man sich jetzt mal genauer anschauen. Irgendwo müssen da ja die Informationen drinstecken, die uns interessieren. Und das habe ich mal gemacht. Und das Erste, was auffällt, ist, am Anfang steht da irgendwie so, okay, das kann man mal weglassen. Und dann, also ich meine, wenn es nicht okay ist, dann ist es halt nicht okay, aber ja. Und dann haben wir hier so eine Struktur, ich habe die mal blau markiert, die wiederholt sich immer. Also die taucht da dann noch auf und hier taucht sie auf. Also irgendwie sind das natürlich schon strukturierte Daten. Wenn man das ein bisschen umformatiert, dann sieht das dann so aus. Ich habe jetzt mal ein paar Zeilenumbrüche eingefügt. Wir sind jetzt noch nicht viel schlauer geworden hier draus. Aber wir sehen schon mal, dass da irgendwie immer so eine Zeile folgt mit mehreren Daten. Und dann ganz am Ende kommt noch so eine Zusammenfassung von irgendwelchen Strings. Die können wir auch mal ausklappen. Und da sieht man natürlich, dass das Ganze hier irgendwie auf dem Java-Web-Server basiert. Da sieht man irgendwie so Sachen wie Java, irgendwas Java-Util-Date. Und jetzt muss man noch rausfinden, was man mit den Informationen macht. Offensichtlich sind ja diese ersten Zeilen, die sich da wiederholen, irgendwie die Busse. Also die einzelnen Abfahrten, klar. Und unten drunter sind irgendwelche Informationen, die wohl für alles oben dienen, um das zu dekodieren. Und so ist es dann auch, wenn man das unten nummeriert. Das erste wird dabei nicht mitgezählt. Dann kommt man drauf, dass, wenn man sich zum Beispiel nur die erste Zeile anschaut, dass manche dieser Zahlen, die hier oben stehen, ein Verweis sind auf das, was hier unten steht. Das heißt zum Beispiel, diese Null hier vorne deutet an, dass das in dieser Zeile von dieser, also ein Objekt diesen Typs ist, was das jetzt genau ist, können wir nicht wissen, weil wir haben keinen Einblick in die Applikation, die uns das sendet. Interessant ist aber, dass hier unter eins kodiert ein Date steht. Das sieht ja auch schon aus irgendwie wie ein Datum. Wie das genau kodiert ist, schauen wir uns gleich an. Und hier hinten folgen weitere Informationen. In diesem Fall zum Beispiel diese sechs, die, wenn man das mit der Website vergleicht, darauf hinweist, dass dieser Bus nach Irsch fährt. Oder, habe ich jetzt nicht rot markiert, diese drei, nein, die vier, diese sieben hier, die deutet an, dass das eine Linie vier ist. Also man muss hier oben manche Zahlen, kann man erst interpretieren, anhand dieser Daten hier unten. Ehrlich gesagt sind da auch manche Sachen drin, von denen ich noch nicht genau weiß, was sie bedeuten, aber sie sind immer konstant, also sie verändern sich nicht. Das erste, habe ich gerade schon gesagt, es ist ein Datum, also ein Timestamp. Wenn man, also üblicherweise nimmt man ja in der Computerei zum Beispiel einen Unix-Timestamp, also die Anzahl der Sekunden seit dem 01.01.1970. und das kann man hier auch umrechnen, zeige ich gleich noch wie. Hier habe ich eben schon gesagt, die Linie und das Ziel ist kodiert und dann ist nochmal ein Timestamp. Warum zwei? Naja, das eine ist die geplante Abfahrtszeit und das andere ist die tatsächliche Abfahrtszeit. Zur Umrechnung mit den Timestamps, man muss einfach diese beiden Werte addieren und dann durch 1000 teilen, also es ist der Unix-Timestamp in Nanosekunden. Was haben wir jetzt? Wir haben die geplante Abfahrtszeit, die Linie, das Ziel und die tatsächliche Abfahrtszeit. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Da kann man sich jetzt ein kleines Python-Programm schreiben, das wäre jetzt sinnlos, das hier zu erklären, aber ihr könnt euch das Python-Programm runterladen und anschauen, die URL ist da angegeben und da bekommt man dann, wenn man so einen Stop-Code eingibt, also das ist dieser Haltestellen-Code, zum Beispiel in diesem Fall Uni, sieht man dann, welche Busse alles so abfahren. Ja, damit haben wir eigentlich schon den ersten Schritt abgeschlossen. Wir kommen also an die Fahrplandaten ran. Jetzt müssen wir die Daten noch irgendwie aufbereiten, sodass sie auf unser kleines Display passen, also das Display, was man hier sieht. Das hat 6 Zeilen und 14 Zeichen, das ist wirklich nicht viel. Man kennt ja diese alten Nokia-Handy, das ist ja ein Display aus dem alten Nokia-Handy. Da passt wirklich nicht viel drauf. Deswegen müssen wir uns auf wichtige Informationen beschränken. Und ich habe mir gedacht, wichtig ist natürlich die Linie, Ziel auch, kann man aber abkürzen, die Minuten bis zur Abfahrt, damit ich weiß, ob ich noch rennen muss oder nicht, und die Verspätung, die Verfrühung oder ob das Ganze pünktlich ist. Das Wort Verfrühung gibt es wirklich? Also ich habe eigentlich danach gesucht, wie der richtiger Begriff statt Verfrühung ist, aber es gibt wirklich Verfrühung. Also ja, interessant ist übrigens auch die Beschreibung, dass sich verfrühen. Aber gut, wir wollen die Daten aufbereiten oder anzeigen lassen. Was kann man weglassen? Was uns, also das Ziel, habe ich eben schon gesagt, kann man abkürzen. Wenn die Linie zum vorangegangenen Bus gleich ist, also wenn ich zum Beispiel ganz oft die Linie 3 habe, dann kann ich sie auch weglassen, dann spare ich einmal ein Zeichen vorne. Und jetzt, wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel diese Daten würde ich auf dem Display so kodieren. Also das sind die Linien und hier kommen nur noch 3er-Busse, deswegen lasse ich das dann weg. Dann das Ziel wird einfach so weit gequetscht, bis alle Daten auf das Display passen, weil meistens weiß man, was gemeint ist. Es gibt da selten irgendwelche Unterschiede, die sich in den letzten Zeichen irgendwie ausdrücken. Dann mache ich noch ein Zeichen dahin für Verspätung oder Verfrühung. Wenn nichts da ist, dann ist es halt pünktlich. Plus heißt halt eben Verspätung und Verfrühung minus. Tatsächlich fahren öfters mal bis zu früher ab. Also das merkt man, wenn man das Programm öfters ausführt. Man glaubt es ja nicht, aber es ist tatsächlich so. Das passiert also. Und dann hier hinten noch die Minuten bis zur Abfahrt. Und ich habe alle negativen Werte. Also wenn es zum Beispiel steht, dass noch minus eine Minute bis zur Abfahrt ist, habe ich einfach inklusive der Null durch ein Sternchen ersetzt. Das heißt, minus eine Minute bis zur Abfahrt würde heißen, dass der Bus eigentlich hätte abgefahren sein sollen, laut der Information im Fahrplan, also in dem Live-Fahrplan, aber noch nicht abgefahren ist. Auch das kommt öfters vor. Deswegen einfach Sternchen, weil das bringt mir nichts. Also das ist keine sinnvolle Information. Sternchen heißt so viel wie, selbst wenn du rennst, schaffst du den Bus nicht mehr. Und insgesamt sieht das dann so aus. Wenn man sich daran gewöhnt, ist es eigentlich für dieses Display relativ übersichtliche Anzeige. Ja, und damit haben wir auch die Daten aufbereitet. Jetzt müssen wir sie nur noch anzeigen. Und das habe ich ja schon gesagt, werde ich hier nicht genau drauf eingehen, weil das haben wir uns beim ersten Pi-Entmoor angeschaut. Ich habe das Ganze bei mir auf eine kleine Platine gebaut. Aber man kann die gleiche Schaltung natürlich auch auf so einem Redboard aufbauen. Was wir da gemacht haben, ganz kurz, ist, wir haben den Raspberry Pi angeschlossen an diesen Port Expander, MCP 23016. Der dient dazu, dass nicht alle Sachen einfach direkt an den Pi angeschlossen sind. Das heißt, ich kann dann neben dem Display noch viele andere Sachen an den Pi anschließen. Zum Beispiel einen Schalter oder so, wenn ich das möchte. Zum anderen ist das aber auch ganz gut zum Experimentieren, weil wenn man dann mal ein paar Leitungen falsch verbindet oder so, dann röstet man sich halt nicht direkt den Raspberry Pi, sondern idealerweise erstmal nur diesen Baustein für einen Euro. Den kann man dann leicht austauschen. Außerdem spart man sich Kabel zwischen dem Pi und diesem Port Expander. In meinem Fall habe ich diesen Teil dann bei mir neben die Ausgangstür montiert und dieser Teil, also der Pi, liegt dann einen Meter davon weg. Wie gesagt, wenn man sich das anschauen will, es liegt da hinten auf dem Tisch an der Ecke, wo gerade der Platz frei ist. Das ganze Programm ist natürlich langweilig, wenn ich hier nur sage, ja, so kann man es machen. Der Quelltext ist verfügbar. Ich habe ein Git Repository dafür eingerichtet und da ist eine kleine Make-Datei drin. Die zieht nochmal Daten aus zwei anderen Git Repositories. Das ist nämlich einmal das Git Repository, wo der Code drin ist zum Auslesen des Fahrplans. Das Programm, was ich eben gezeigt habe. Und dann das Git Repository mit dem Code zum Anzeigen auf dem Display. Ja, und das Ganze könnt ihr ausprobieren. Also wer einen Rechner dabei hat oder es zu Hause ausprobieren möchte, das funktioniert auch ohne Display. Deswegen gibt es ja diese Option Minus Minus Sim. Damit wird das Ganze nicht auf dem Display angezeigt, sondern einfach auf der Konsole ausgegeben, damit man das zu Hause ausprobieren kann. Ja, damit haben wir endlich unser Ziel erreicht. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Am besten baut mal was Schönes aus diesem Code. Vielen Dank. Vielen Dank.